Die Entscheidung, wer in die Staatskünstlerwilla einziehen wird, ist heute gefallen, wenig überraschend ist. Die Einloggung der neuen Staatskünstler durch Bundespräsidenten vielschäftigen Protesten, so mussten die Staatskünstler einen unterirdischen Gang benutzen, um in die Villa zu kommen. Danke schön. Danke. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick der Staatskünstler 2014. Ja, wird nicht lang dauern, es ist ja nicht viel passiert. Es war ja im Gegensatz zum Vorjahr heuer noch nicht einmal Wahljahr in Österreich. Entschuldige bitte, Vorarlberg ist gewählt worden. Huchst mir zwei in Österreich, hab ich gesagt. Na heil, und was ist mit der EU-Wahl? Ja, auch traditionell uninteressant, weil ja der Ausgang praktisch von vornherein festhält. So, auch diesmal überlegener Sieger, einmal mehr, die EU ist mir wurscht. Zweiter Platz, weit abgeschlagen. Und auf Platz drei, auch das traditionell, wirkt euch eure Scheißgurken selber gerade. Und nachdem das Wetter eh nicht so schlecht war und im Fernsehen auch nichts Gescheites, haben wir uns für Sie ins Getümmel geworfen und Kontakt aufgenommen mit den Spitzenkandidaten. Oder wir haben es zumindest versucht. Wir sind sehr aufgeregt. Ja, sehr aufgeregt. Man ist doch ein Prominent, der aus dem Fernsehen kennt. Ja, sehr aufgeregt. Grüß Sie Gott, grüß Sie Gott. Grüß Sie Gott, grüß Sie Gott. Haben Sie kurz Zeit für uns? Wir haben Ihnen was mitgebracht. Wir haben Ihnen was mitgebracht. Haben Sie Zeit für uns, Herr Freund? Ja, jetzt geh ich einmal wählen. Okay. Dann warten wir hier, okay? Okay. Ich will jetzt zuerst einmal wählen. Wer mir das übrigens gesehen hat, die Szene, wie der Herr Freund hier vorbeigestürmt ist an Freund und Feind, dann sollte er dann ein Zitat von Eugen Freund erinnern. Er hat gesagt, mir geht es wie Bill Clinton, der hat den Kontakt zu den Menschen auch nie gescheut. Wenn das der Bill Clinton auch so gemacht hätte, dann wäre er wahrscheinlich auch nur EU-Abgeordneter geworden. So wie der Eugen Freund. Nicht einmal Delegationsleiter. Nein, nein. Herr Freund, haben Sie denn jetzt Zeitung? Vielen Dank, wenn Sie jetzt gehen. Danke. Grüß Sie. Herr Sternfeld, grüß Sie. Danke. Mit Brille sind Sie hier gemacht. Ja, wir haben ihn berühmt gemacht. Der Spitzenkandidat entweicht. Wir sind nur kurz vertraut, dass uns der Herr Freund einfach davon gelaufen ist. Er hat sich gefürchtet, dabei haben wir so schöne Sachen für ihn vorbereitet gehabt. Er hat sich ja beschwert, dass mit seinem Gesicht würden in Amerika Autobusse plakatiert, hat erklärt. Es hat sich leider kein Autobus geopfert in Österreich, aber wir haben immer in unseren Kleinguss zum Eugen Freund Bus gemacht und das brennt mir eigentlich einen würdigen Ersatz. Und dann haben wir noch für ihn dieses Schild mitgebracht für den Fall, dass er so ein Schicksal erleidet wie der Ursus Brockerl oder der Hans-Peter Martin. Nämlich, dass er bald wieder von Brüssel nach Hause muss und das wäre dann das Hauptproblem, dass ihn dann die Leute wieder kennen. Wir warten hier auf den Spitzenkandidaten der Liste OK. Da, bitte. Hier. Neuzugang im politischen Spektrum. Aber jetzt haben wir irgendwie eure Geschichte gehört. Thomas, du weißt schon, wählen und die OK war nicht einmal Titel, oder wie? Und ich bin, deswegen wollten wir auch persönlich nachfragen. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ja, also eigentlich möchte ich diesen attraktiven Mann in den besten Jahren wählen und dann war die Liste OK. Die dritte Stelle war überhaupt frei. Vielleicht hat man da die Liste OK nicht eingedruckt. Ich weiß es nicht. Wir werden aber der Frage nachgehen. Da ist er. Kommt zum Burschen. Hauen wir uns ins Gesicht. Aui. Halt, da müssen wir uns anschneiden. Müssen wir einen Anschneider nehmen? Müssen wir einen Anschneider nehmen? Der Herr Maurer hat ja schon gewählt. Ja, und ich war sehr überrascht. Also diese Liste OK, die war nicht auf dem ZO. Das stimmt nicht, weil das ist zu wert. Weil da oben steht, österreichische Volksparteiliste Ottmar Karras. Und das ist auch auf allen... Ja, aber was haben denn Sie mit der österreichischen Volkspartei zu tun? Da steht der Spitzenkandidat. Sie sind doch ein anständiger Mensch, jetzt tun sie sich nicht so runter. Da steht doch ein Plakat auf einer OK drauf. Nein, da steht auch oben Liste 1, österreichische Volksparteiliste Ottmar Karras. Also wir haben uns gerade auf Ihrer Tasche gefilmt, da steht es nicht drauf. Da steht nur AK. Das ist meine Initial, Ottmar Karras, das wissen Sie. Und der Ottmar Karras steht für ein Programm und den Ottmar Karras werde ich wählen. Eine Frage noch. Aber das letzte Mal, wie ich ÖVP gewählt habe, habe ich dann den Straßheim Knack gehabt. Nein, da haben Sie mir hoffentlich eine Vorzeugsstimme gegeben. Ja, aber es hat ja nichts genug. Oh ja, es ist Nummer 1 geworden. Ach, eine letzte Frage noch, eine letzte Frage noch. Der Scheuber und ich, wir waren noch nicht wählen. Wenn wir Sie wählen, mit wem kriegt dann derjenige einen Wickel, den Sie dann wieder mehr Stimmen? Und dann, ne? So wie beim Straßewählen können wir hinauszuwählen diesmal, wenn wir Sie wählen. Sie brauchen niemanden hinauszuwählen. Sie brauchen mich zu wählen, ich bin Programm genug. Hier steht nichts von dieser ominösen ÖVP, von der Herr Karras gerade gehört hat. Entweder das Vogel ist gemeint für Vogelfrei, der Strasser, oder das F steht für Volkspartei. Was übrigens auch Sie zu den vielen Menschen gehören, die interessiert, was eigentlich Eugen Freund seither macht. Wie haben es für Sie herausgefunden? Eugen Freund moderiert nach wie vor jeden Tag um 19.30 Uhr die Zeit im Bild. Es wird halt nicht mehr gesendet. Ottmar Karras hingegen hat schon Bleibendes für Europa geleistet. Ja, er hat nämlich dem neuen Kommissionspräsidenten Juncker verraten, wo der für seinen schweren Job in Zukunft seine politische Weisheit einsaugen kann. Der geeignete Ort ist die sogenannte Landesvaterdrüse. Die meisten wissen es offenbar, es handelt sich dabei um ein bei den meisten Menschen unterm Haarbalk verkümmertes Organ. Mit dem aber in diesem Fall eben Erwin Bröll, Jean-Claude Juncker, mit dem Tal aufpäppelt. Es gibt übrigens noch eine zweite Interpretation dieses Fotos, sie lautet Prost. Noch wird das Schicksal Europas in Brüssel respektive in St. Pölten entschieden. Die Frage ist, wie lange noch? Ob es nicht dann doch dazu kommt, dass diese Kompetenz nach Moskau abwandert? Ja, manche befürchten das. Manche aber hoffen auch drauf. Meine Damen und Herren, es ist der 26. November 2014. Vermeintlich ein ganz normaler Tag. EU-Diktat, Überfremdung, Genderwahnsinn. Aber an diesem Tag befinden sich zum Beispiel HC Strache und Johann Godenos einmal mehr in Moskau, um einen Ausweg aus diesem Dilemmata zu schaffen. Nicht um Lebensraum im Osten? Nein, das war früher. Jetzt geht es um eine aktive Neutralitätspolitik Österreichs mit einer engen Anbindung an Moskau. Es hat uns nicht in den Faulbetten der Staatskünstlerwiller gehalten. Wir wollten an der Heimatfront diese beiden tapferen Patrioten unterstützen. Wir tun das in Form einer Kranzniederlegung hier vor dem Denkmal am Schwarzenbergplatz. Hier unser Kornblumenkranz mit den Aufschriften, Sie sind gegen euch, weil ihr für uns seid. Beziehungsweise danke für die Befreiung. Hoffentlich bald wieder. Meine Ehren. Wir Staatskünstler haben eine neue Initiative gegründet, Moskaus nützliche Patrioten. Und die Bürger können uns dabei unterstützen, nämlich in Form einer Unterschrift unter dem Wladimir-Hilfer-Appell. Wir, die Unterzeichneten, bitten den Herrn Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, unserem leitgeprüften Österreich gegen die multikulturelle Konzernverschwulung der EU ebenso beherzt zur Seite zu stehen wie schon den geknechteten Volksrussen in der Republik Donetsk. Sehr gerne bieten wir Soldaten der russischen Streitkräfte auf Urlaub auch Unterkunft an. In der Nebenversorgung. In der Nebenversorgung. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker muss für uns auch gelten. Nicht nur immer für die anderen. Und damit dieser Appell nicht ungehört bleibt, haben wir Unterstützung angefordert und bekommen. Meine Damen und mein Herr. Iman statt Iman. Vollkommen richtig. Nur mit uns. Jetzt erst recht. Wir haben die Helena Schäuber, die Antone Stabinger und den Hosea Rachiller gebeten, uns zu unterstützen, um diese Unterschriften zu bekommen. Und wir hoffen, dass wir Gasspender statt Schas-Gender in jedes Gehirn auf der Maria-Hilfer-Straße prüben können. Das Ganze kommt dann an die russische Botschaft und je mehr ein Namen. Moskaus nützliche Patrioten, das ist unser Slogan. Wladimir Putin ist zu Fuß nach Tschetschenien gegangen, nur mit Gummistiefeln begleitet. Hier ist ein Bild. Hier ist er mit seinem Pferd nach Tschetschenien geritten und hat gezeigt, liebe Freunde, wenn das Kalifat kommt, dann könnt ihr nicht mehr oben ohne herum reiten. Darf ich Sie fragen, sind Sie persönlich schwul? Nein, ich bin nicht schwul. Sie dürfen sagen, wir haben nichts gegen Homosexuelle. Wir haben nichts gegen Homosexuelle. Brauchst gar nicht so vorsichtig sich auszudrücken. Also auf Deutsch gesagt, die internationale Konzernverschwulung, das ist nicht unser Weg. Es ist nicht unser Weg. Das ist nicht unser Weg. Dann machen wir gleich zur Unterschrift, oder? Ja, ja. Vielen Dank. So, machen wir ein Erinnerungsfoto. Ein Foto. Wo werden Österreichs Gesetze gemacht? In Brüssel? Ist Brüssel innerhalb von Österreich? Nein, nein, ich sehe nicht. Nein, nein, ich sehe nicht. Brüssel ist innerhalb von Österreich. Wollen Sie mir erklären? Dann brauchen wir nicht weiterreden. Danke vielmals. Gut, dann gehen Sie ... Ich glaube, Sie sind ein Links-Linker und Sie wollen mit mir gar nicht richtig diskutieren. Ich bin kein Links-Linker. Nein, Sie können nicht einmal diskutieren. Unmöglich solche Leute. Soll die Marie-Hilfer-Straße die Wladimir-Hilfer-Straße werden? Das wollen wir. Wir sind Moskaus nützliche Patrioten. Gegen die Konzernverschwulung in der EU? Muss jeder Österreicher homosexuell sein? Nein. Muss jede Frau einen Bart tragen in Österreich? Nein. Solche Leute wie Sie brauchen... Gasspender statt Schass-Gender. Österreich bindet sich mehr und mehr an die internationale Konzern-Mafia, sprich EU. EU ist ja eine Abkürzung für... Verbrecher. ...einen Untergang. Also wenn Sie da gegen die multikulturelle Konzernverschwulung unterschreiben wollen. Das ist sehr, sehr toll. Wenn wir uns die Hand geben. Super. So, grandios. Putin! Danke sehr. Nicht zuletzt deswegen, weil jetzt auch schon die Kronenzeitung in der vegetarisch linksverschwulten Gutmenschen-Konzern-Europa-Ecke gelandet ist. Die Kronenzeitung hat es doch geschafft, die Haltung der Europäischen Union zum Ukraine-Konflikt in einer einzigen genialischen Schlagzeile zusammenzufassen. Wahnsinn, oder? Der arme Putin, der hat heuer eh schon sein Österreich-Trauma bekommen. Begonnen hat's mit der Demütigung durch Conchita. Und dann noch diese verheerende Niederlage durch Okotje. Ja, zwei durchaus unerwartete Triumphe für Österreich. Es gibt ja das Gerücht, dass der Conchitasche Sieg beim Song Contest sich, ähnlich wie die Seligsprechung des Kaiser Karl, einer Initiative einer privaten österreichischen Gebetsliga verdankt. Ja, diese Gebetsliga ist angeblich die Liga unserer lieben Schwestern vom anderen Ufer. Und diese Liga hat die Schutzpatronin aller bärtigen Frauen angerufen, die heilige Kümmernis. Und bevor Sie jetzt lachen, die gibt's wirklich. Ich möchte kurz aus dem Wikipedia-Artikel zitieren. Eine Jungfrau, die will aus Frömmigkeit nicht heiraten. Ihr Vater will sie zwingen. Sie bietet Gott um einen Bart, wird daraufhin gekreuzigt und heilig. So weit, so logisch. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts offiziell ins katholische Heiligenregister aufgenommen. Jahrhunderte lang verehrt worden. Irgendwann hat sich dann aber die katholische Kirche doch gedacht, äh, na ja. Und im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils ist sie dann offiziell für inoffiziell erklärt worden. Das finden wir aber total ungerecht, weil man, dass Österreich einen Song Contest gewinnt. Ja, also wenn des kein Wunder ist, was dann betreut. Also wir fordern mit Nachdruck wieder Aufnahme der Heiligenkümmernis ins katholische Heiligenregister. Und zwar flott. Leider war ja die katholische Kirche in Österreich heuer mit anderen beschäftigt. Unter anderem mit Protest gegen das neue Fortpflanzungsmedizingesetz. Ja. Wir wollen Ihnen aber eine Methode der Bevölkerungssteigerung des Bevölkerungszuwachses zeigen, die garantiert nicht mit der katholischen Sexualmoral kollidiert. Wir waren für Sie vor Ort. Heuer ein riesengroßes Thema, die Wohnungsnot. Wohnen wird immer teurer in Österreich. Aber nicht nur das, sondern auch die Abwanderung aus Grenzregionen, strukturschwachen Grenzregionen. La an der Tai hat für beide Probleme eine Lösung gefunden. Salopp gesagt, alles ist La, nur La ist voll. Wir können vom Wunder von La berichten. In den letzten drei Wochen sind hier 50 Bürger neu zugezogen. Aber es kann der Fremste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Es sind heißliche Gerüfte in Umlauf gesetzt worden. Vielleicht möchtest du die wiedergeben? Ja, mein Gott, es heißt mancher Art, dieser Zuzug ist nur deshalb passiert, weil in ein paar Wochen Gemeinderatswahlen sind. Und das ist nur um die Wählerstatistik für die beiden großen Parteien, SPÖ und ÖVP irgendwie anzuheben. Also, wir stehen ganz konkret hier vor dem Haus eines ÖVP-Gemeinderats. Da wohnen seit neuestem elf Wahlberechtigte. In der Krise rückt man zusammen. Das ist absolut drinnen. Aber nicht nur die ÖVP, auch die SPÖ hat eine Lösung gefunden. Hinter uns sehen Sie das Haus vom SPÖ-Vizebürgermeister Neumeyer, wo neuerdings 19 Wahlberechtigte wohnen. Verachtlich, oder? Wir wissen allerdings nicht, wie weit das Haus tatsächlich nach hinten geht. Wir vermuten drei, vier Kilometer, aber genau das weiß man nicht. In einem Interview mit der Zeitung Presse hat der Vizebürgermeister erklärt, es wohnen deshalb so viele da, damit möglichst viele die Therme besuchen können. Die Therme? Wir haben ja gesagt, die Therme. Schaut sie mal kurz an. Wir sind gleich wieder da. Ja, wir wollen natürlich auch die Therme besuchen, deshalb werden wir jetzt den Herrn Vizebürgermeister besuchen. Vielleicht meldet er uns ja an. Ja. Guten Tag. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie der Herr Vizebürgermeister? Ja, ich habe die Ehre. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir freuen uns. Wir würden wahnsinnig gerne in die Therme gehen und haben gehört, da muss man sich bei Ihnen anmelden. Sie können auch direkt in die Therme gehen. Man muss sich ja nicht bei mir anmelden. Aber wäre es möglich, dass wir einfach bei Ihnen, weil wir wohnen ja schon 19 Leute noch bei Ihnen. Vielleicht noch zu mir von uns frei wäre. Nein, nein, nein. Darf ich mal was richtigstellen? Ja. Bitte. Wir sind zwei Haushalte. Ja. Bei mir wohnen acht Personen, wir sind insgesamt zehn. Und bei meinem Sohn sind insgesamt neun Personen. Nur damit wir das richtigstellen, jede Wohnfläche hat ungefähr 180 Quadratmeter. Und ich könnte also jederzeit Verwandte, liebe Freunde, vier Personen gleichzeitig Unterkunft gewähren. Dürfen wir da liebe Freunde werden von Ihnen? Du müsst sogar was hier anstrengen. Also ich bin einerseits enttäuscht, dass wir jetzt bei Ihnen nicht gemeldet werden. Andererseits bin ich sehr glücklich, dass ich dieses Outfit anhab. Kundschaft. Oder neue Mieter. Oder Familienmitglieder, die noch keiner kennt. Und wenn Sie in irgendeine Art in Pflichtschule gehen wollen, müssen Sie dort Hauptwannsitz gemacht sein. Ich weiß. Bei der Wahl gilt das nicht. Bei der Wahl ist das offensichtlich nicht durchsetzbar. Und solange dieser Schwachsinn, dass Zweitwannsitzer wählen können, regiert, solange wird das passieren. Da führt sich die Demokratie ad absurdum. Also, im Favare, ob es mir besser gefällt, das sage ich. In Aspen, gell? Frau Bürgerbeister, grüß Sie Gott. Willkommen zu dieser Ehre. Grüß Sie Gott. Wir wollten uns ein bisschen beliebt machen bei Ihnen, weil wir gesehen haben, das ist die Boom-Gemeinde Lahr schlechthin. Zuzüge noch und noch. Wie ist dieses Bevölkerungswunder möglich gewesen? Davon weiß ich jetzt einmal nichts, muss ich auch dazu sagen. Von Zuzug noch und noch. Da würden wir uns freuen, wenn wir Zuzug noch und noch hätten. Wir haben aber einen Bevölkerungszuwachs und da freuen wir uns wirklich darüber. Die Gefahr, dass möglicherweise der Boom zu groß wird in Lahr und der Theia. Es gibt auch Häuser, wo 19 Leute wohnen. Es gibt bei einem Gemeinderat wohnen 13 Leute im Haus. Ist da nicht ein bisschen die Gefahr gegeben, dass es einfach zu, so wie in diesen großen Boom-Städten einfach zu eng wird eines Tages? Ja, als Vorsitzende der Gemeindewahlbehörde habe ich natürlich ganz genau darauf geachtet im Ermittlungsverfahren, dass ich alle Datennahmen zusammenfasse. Und die Mitglieder haben dann abgestimmt, ob das jetzt ein Platz genug ist, ob jetzt hier ein Mittelpunkt gegeben ist und ähnliches. Und in manchen Fällen war es eben nicht und in manchen Fällen war es schon. Wir haben es gehört, alles ist super in Lahr und der Theia. Das tollste Wohnprojekt dürfen wir Ihnen zum Schluss vorstellen. Es befindet sich hier. Das ist das Volksheim der SPÖ. Es ist normalerweise nicht ein Ort, wo man wohnen kann. In Lahr und der Theia ist eben nicht so. Hier wohnen fünf Wahlberechtigte. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich auch mit den Häusern in Lahr ein bisschen wie mit dem schlauen Buch des Fehlens Fieslschweif. Das ist auch nur so groß. Aber was da alles reinpasst, da kann man nur immer wieder staunen. Offenbar dürfen die auch sehr sozial sein und alles miteinander teilen. Das sind zum Beispiel Waschgelegenheiten, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es da welche gibt. Schauen wir es uns an. Da ist das Wirtshaus, da ist der Saal. Garderobe, Toiletten. Toiletten. Das ist wichtig, wenn man wohnt, dass man weiß, wo die Toiletten sind. Ah, schau, aber es dürfte momentan wirklich sehr belegt sein wegen akuten Platzmangel. Bitte Garderobe abgeben. Das ist Hausordnung, nennt man das. Die Bewohner gleich wissen, ihr seid nicht allein. Es ist auch eindeutig eine Garderobe für Großfamilien. Na ja, da ist der Begriff begehbarer Schrank. Wenn da alle die Turnsackerl und Schultaschen und Mäkelsocken aufhängen. Schöne Bilder. Da, Urlaubsbilder. Noch eine Bibliothek. Noch eine Bibliothek. Sehr belesene Menschen, die hier wohnen. Das hat mir die Wohnzeiten angegeben. Sie wohnen immer da von 8.45 Uhr bis 11.15 Uhr. Das ist vielleicht der Tagesschläfer. Wettgänger. Immer zu Hause. Ja, aber wie gesagt, die haben wir alle in Arbeit auch. Viele davon sind Politiker. Wollen wir hier einzeln eventuell? Wenn noch ein Platz frei ist. Ich kann kaum an mir halten. Ich würde da eventuell gleich mich... Bitte. Ähm, magst du den Schoßplatz? Ähm, ich, ähm... Ah! Ich habe einen Polster. So. Wohnen befreunden. Hätte ich auch nicht geglaubt, dass wir eines Tages so viel Glück haben werden. Scheiß auf die Staatskanzlerwähler. König! Nur damit da jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Natürlich glauben wir den örtlichen Politikern, dass diese neun Wähler dort in La an der Teier wohnen. Ja, nur halt in einem anderen, uns nicht zugänglichen La an der Teier. Ja, ja. Also in der Physik kennt man ja die Theorie der Paralleluniversen. In Niederösterreich ist diese Theorie längst schon gelebte Praxis. Weil auch sonst kann man im Alltag immer wieder mal Paralleluniversen beobachten. Das Zentralorgan ist hier ja, wenn ich den Scherz gestatte, die Zeitung Österreich. Na ja, klären ist klären. Österreich ist es gelungen, heuer an einem einzigen Tag gleich drei einander ausschließende Realitäten zu konstruieren. Song Contest in Neumarx. Song Contest Innsbruck ist Favorit. Song Contest Gras ist heißer ORF-Favorit. Angeblich gibt's ja auch ein Paralleluniversum, in dem unnötige Gratisblätter von der Spitzenpolitik weder beachtet noch subventioniert werden. Leider sind auch diese Paralleluniversen für uns nicht zugänglich. Aber angeblich soll dort der Werner Faymann auch nicht Bundeskanzler sein, sondern in La an der Teier in der Therme Badewaschl. Achtung, Achtung, werte Badegäste! Ich mache darauf aufmerksam, dass das Bekensprungrand, Randsprungbecken pofft, dass man nicht reinspringen darf vom Rand. Das gilt bitte auch für sämtliche Bewohner der Stadt, die hier nur scheinangemeldet sind. Außerdem bitte ich Sie, bedenken Sie immer die Verteilungsgerechtigkeit. Vor allem dann, wenn Sie vorhaben, ins Becken Lulu zu machen. Danke. Apropos Lulu, wenn man sich anschaut, wie viel die Regierung an Inseraten, also auch die anderen Parteien, wie viel die wirklich inserieren, da fragt man sich, wofür brauchen die eigentlich noch Plakate? Ja, aus ästhetischen Gründen. Also um die EU-Wahlkampf-Plakate war's schon schott gewesen. Die Grünen plakatieren für krumme Gurken. Das ist besonders bizarr, zumal die Gurken-Krümmungs-Verordnung der EU im Jahre 2009 abgeschafft wurde. Das ist also so aktuell, wie wenn Sie jetzt schreiben würden, schließt das Atomkraftwerk Zwentendorf oder Heimburg darf nicht gebaut werden oder her mit der Fristenlösung. Es könnte aber auch sein, dass der Peter Pilz einfach eine Krautsch-O-Max-Maske aufgesetzt hat. Bei der SPÖ gibt's immer wieder das Problem, ihr wird ideologieferne vorgeworfen. Nicht so mit diesen neuen Plakaten. Das ist eine Botschaft, auf die die Politik in Österreich lange gewartet hat. Ich glaube, das ist das Innovativste seit Hickehacke, Hühnerkacke. Wir wollten unbedingt auch etwas über die Neos sagen. Aber um die Spitzenkandidatin der Neos zu zitieren, scheiße, das ist schwierig. Da versucht wirklich auch der Freundeskreis Otmar Karras mit aller Kraft Unterstützer in allen Lager zu finden. Also hier haben wir zum Beispiel eine Paraphrase für die liberale Stadtjugend auf Conchita Wurst. Das ist aber ein typisches Neos-Plakat, weil es ist Schicht über Schicht. Conchita Wurst-Schicht, Karras-Schicht, dann eine unbekannte Haarschicht, wer immer das sein ist. Das ist die Mitte hohe von den Neos. Die Mitte hohe und darunter ist noch ein bisschen Strolz. Schau, da strelz das ein bisschen. Da ist aber kein Baum, den er umarmt, sondern nur seinen Hosengürtel. Typisch Neos, man weiß einfach nicht, was drin ist. Und das war ja auch bisher das Erfolgsgeheimnis. Hey, ihr kennt das nicht? Cool, lasst euch überraschen. Ich glaube, dabei sollte er bleiben. Wir haben noch ein Plakat entdeckt, bitte. Das Plakat von Europa anders, KPÖ, Piratenpartei, Wandel und Unabhängige. Und da, falls Sie noch nicht wissen, wie der ausschaut, das ist der Martin Ehrenhauser. Das glaube ich nicht mehr, das ist sicher wieder der Karras, Bordertholz. Nein, ich habe, also, das Kapitel Karras ist für mich. Ich glaube, meine Theorie, die haben überhaupt nur solche Plakate. Die Rekos von Ewald Stadler brüsten sich damit, dass sie keine Wahlplakate haben. Wir haben jetzt aber das entdeckt. Stimmt nicht. Das ist irgendwie nicht in Ordnung. Wo war dieses Christentum? Schon. Sachbeschädigung ist eigentlich auch eine Sünde, oder? Du sollst nicht begehren deines nächsten drei Eckständern. Wir gestehen ganz offen das Plakat der FPÖ überfordern uns. Wir verstehen es nicht. Ein Plakat von der FPÖ, wo das Wort dumm draufsteht, das ist wie ein Plakat vom Haus des Meeres, wo nass draufsteht. Was soll das? Und außerdem, Sie sind die Einzigen, die nicht Ihren Spitzenkandidaten herzeigen. Wo ist der Herr Wilimsky? Der war da drauf. Das kann ich da zeigen. Bitte, können Sie da schau her? Hier erkennt man ihn sehr schlecht. Vielleicht ist es einer von dem? Nein, Robert. Viel zu kompensiert gedacht. Der da, der da. Bitte. Satire Stopp. Ich möchte Menschen in Kenntnis setzen, wie es wirklich ist. Der Mann auf dem Plakat ist Harald Wilimsky. Es ist eine alte Tradition in der FPÖ, dass man sich verehrten Führerfiguren annähert. Er hat zu Strache geübt, zu sprechen wie Jörg Heiter, dass er es bis heute nicht wegbringt. Obwohl es ihn inzwischen total ärgert. Und Harald Wilimsky hat alles getan, um eben auszuschauen wie H.C. Strache. Und der nächste Europakandidat in vier Jahren, der FPÖ, wird dann riechen wie Harald Wilimsky. Hier war ein Anerfahrt. Ich glaub, der Wilimsky hat einfach nur unterschrieben. Wo war da jetzt das Team Straunach? Das hat's ja damals noch gegeben, oder? Mittlerweile ist es fürs Wahlergebnis vollkommen wurscht, ob die zu einer Wahl antreten oder nicht. Aber damals, bei der EU-Wahl, glaub ich, haben Sie nicht kandidiert, oder? Nein, wir haben nicht kandidiert wegen der Wörter. Die Wörter haben vorgesehen, dass alle Abgeordneten des Team Straunach mussten zusichern, dass sie, wenn der Frank grad in Kanada weilt, dass sie sich währenddessen gefriert trocknen und erst wieder im Dampfgarer aufpacken lassen, wenn er zurück ist. Deswegen war der so überrascht, dass die Nachbauer schwanger geworden sind. Ja, du. Noch einmal, ja? Wie kann man werden schwanger, wenn man ins Gefrüge getragen wird? Weil hab ich da erlaubt, dass du die Last umprogrammieren lässt. Umprogrammieren, willst du streiten mit mir? Nein, 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 nicht den Taschengeld ist gestrichen. Bekanntlich hat sich die Frau Klubschef daraufhin stark dem Marxismus angenähert. Also, Groucho-Marxismus, bitte. Offensichtlich hat sie das Zitat von Groucho Marx gekannt. Ich möchte nicht Mitglied eines Klubs sein, der mich aufnimmt. Aber immerhin hat das Team Straunach auch heuer den österreichischen Steuerzahlern doch 8 Mio. Euro kostet. Ja, und Frank Straunach hat unserer Meinung wieder mal für das Zitat des Jahres gesorgt. Und zwar bei einem Prozess gegen Peter Westenthaler, wo er im Zeugenstand Folgendes ausgesagt hat. Man kann nicht sehen, dass der Peter schuld sein soll. Das ist wie mit dem Hund, der irgendwo hinmacht und dann war die Frau schuld. Dabei ist das dem Mann sein Hund. Wer es aber fassen kann, der fasse es. Tja, da kann man jetzt nur sagen, vielleicht liegt's daran, dass der Peter Westenthaler noch nicht verurteilt worden ist. Ein langjähriger Weggefährte von ihm hat jetzt erst neulich drei Jahre Häfen ausgefasst. Der Mann fürs Grobe, Gernot Rumpold. Da hätt mich ja schon interessiert, was Rumpolds langjähriger Geschäftspartner, der HC Strache, darüber wohl denkt. Lieber Gernot, du kannst dich erinnern, als wir eine gewisse Firma hatten, haben wir beschlossen. Wir steilen immer füreinander ein. Aber jetzt, wo du von einer entfesselten Politjust jetzt zu drei Jahren verschmolzt worden bist, steh ich nicht an zu sagen, ich werd dich leider nicht im Häfen besuchen kommen, weil ich bin jetzt seriös. Manchmal ist es gar nicht so leicht, in den Häfen überhaupt hineinzukommen, nämlich vor allem für Leute, die es in Wirklichkeit eigentlich drauf angelegt haben. Wir befinden uns hier vor der Diskothek Tenne in Grundendorf. Am 13. Jänner dieses Jahres hat man hier eingebrochen. Als Täter auf frischer Tat ertappt wurde ein hochrangiger Justizwachebeamter. Der hat auch die Tat gleich gestanden. Trotzdem wurde er nie vor Gericht gestellt. Wie ist das möglich? So, mit diesem Gerichtsgutachten, das hat ein Psychiater geschrieben aus Klagenfurt. Und da steht drinnen, dass der Beamte gar nicht anders konnte als einbrechen, weil er habe online in seine Konteneinblick genommen und dort nur rot gesehen. Und deshalb hat er gar keine Wahl gehabt. Der musste einbrechen und deshalb wurde der Prozess gar nicht geführt. Faszinierend. Also das heißt, wenn man in Zukunft eigentlich einbrechen gehen will... Was ist Scheiße? Was ist das? Ich bin auch... Meine Online-Konten, das ist alles rot. Was? Halt das einmal. Nein. Nein. Der arme Thomas. Wir müssen ihm helfen. Ich muss auch einbrechen, um dem Thomas zu helfen. Sie sehen gerade meine Damen. Es ist wirklich was aus. Rote Konto, löst, löst, löst. Thomas! Thomas, was machst du da? Was machst du da? Probieren kann man ja. Sag einmal, bist du... Hörst, Alter! Er ist auszudem nicht bei der Tür eingebrochen, der Hintereingang ist er. Da gibt es einen hinter... Thomas, bitte! Mach dich nicht unglücklich! Thomas, bitte! Es ist ein menschlicher Tragöte. Das ist verboten. Einbrechen ist verboten. Ja, aber da ist ein Geld drin. Thomas, wir haben kein Gutachten für dich. Nehmen wir wenigstens die Mineralwasser-Kisten mit. Da ist ein Pfand drauf. Wir sind mit dem Bus da. Da kriegen wir sicher 20, 30... Sie sehen, wir brauchen ganz dringend so ein Gutachten wie dieser Justizwachebeamte. Wir fahren sofort zum Psychiater. Als nächstes sind wir dann auch zu diesem Klagenfurter-Gutachter gefahren. Der hat aber nicht nur dem Thomas die Hilfe verweigert, nein, er hat sich auch vor uns hinter einer Tür versteckt. Wir dürfen Ihnen diese Bilder aus juristischen Gründen leider nicht zeigen. Aber glauben Sie mal, ästhetisch haben Sie nichts versäumt. Aber die Geschichte ist dann noch weitergegangen. An dem Ort, an dem dieses unfassbare Gutachten geschrieben wurde, hatten wir also kein Glück. Jetzt sind wir an dem Ort, an dem dieses unfassbare Gutachten wirklich geglaubt wurde. Nämlich bei der Staatsanwaltschaft in Graz. Und da haben wir natürlich gleich eine Frage, nämlich... Warum? Wir werden zu reden, der Sprecher der Staatsanwaltschaft wird mit... Thomas! Bist du wahnsinnig. Ich hab sicher viel mehr schulden, wie der Justizwache. Thomas, wir sind aus der Staatsanwaltschaft, ja. Und wir haben das Gutachten noch nicht vom Dr. Wagner. So lange wir das nicht haben, kannst du nicht... Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Damit haben Sie nicht gerechnet. Alles klar. Alles klar. Dürfen wir uns zu Ihnen setzen? Ja, bitteschön. Sie wissen um welchen Fall? Natürlich, ja. Dass das eine etwas seltsame Optik hat, ist Ihnen auch bewusst? Ja, wenn man... Ja. Für mich nicht, weil es natürlich ein Fall ist, der wie jeder andere untersucht wurde. Und der ein Ergebnis hatte. Sind die Leute noch nicht clever genug, wenn sie... ...maß nicht mit einem Schinken und einem Arm beim Supermarkt erwischt, ...würden Sie sich ein Gutachten zu bezahlen? Also entsprechende Gutachten sind einzuholen, wenn sich Anhaltspunkte im Verfahren, im Lauf des Ermittlungsverfahrens oder dann nach Erfolg der Anklage im Hauptverfahren ergeben. Aber die Empfehlung könnte man anderen Einbrechern auch geben. Ich werde niemandem, keinem Einbrecher eine Empfehlung geben, aber es ist jeder frei, entsprechende Beweisanträge vor Gericht zu stellen. Es steht in der Strafprozessordnung, dass ein Angeklagter Beweisanträge stellen kann, wenn er behauptet, er war zum Tatzeitpunkt nicht zugehungsfähig, dann wird das überprüft vom Gericht. Jetzt weiß ich nicht, was die Staatsanwaltschaft hier noch mehr tun soll, als entsprechend, beziehungsweise das Gericht hat es ja das Gutachten in Auftrag gegeben. Aber es ist doch ein bisschen wie ein Fleischhacker, der sagt, er weiß ja nicht klar, dass im Leverkäs Tiere sind. Weiß ich nicht, diesen Fleischhacker habe ich nicht begutachtet. Also das wäre auch möglich, wenn der Fleischhacker einen richtigen Gutachter hat, dann... Nicht einen richtigen Gutachter hat. Man muss sich doch das Gutachten anschauen. Ganz konkret ist es zum Beispiel, der wurde ja von der Polizei damals verhaftet, bei der Tat, und bei ihm wurde gefunden, Geißfuß, Hammer, Meißel, Rohrzange und Akkubatterielampe. Und der Gutachter meint das, das hat er immer bei sich gehabt, weil er Freundschaftsdienst in seinem Beruf als Heizungsbauer verrichtet hat. Von diesen fünf Werkzeugen, die aufgezählt haben, ist es eine einzige, nämlich die Rohrzange für Heizungsbauer geeignet, der Rest überhaupt nicht. Wie erklären wir Sie das? Ich kann nur sagen, dass das Gutachten offensichtlich für die Staatsanwaltschaft und auch für das Gericht widerspruchsfrei war, und da kein Zweifel an der Richtigkeit bestanden hat, sodass, wie es im Gesetz steht, in unserem Fall mit Zustimmung der Oberstaatsanwaltschaft die Anklage zurückgezogen wurde. Würde es Sie überraschen, wenn es eine Gutachtensinflation über Sie hereinbricht, im Gefolge dieser... Weil eigentlich ist jeder Einbrecher, der seine sieben Zwetschgen beisammen hat, jetzt mal gehalten, sie mal auf Unzurechnungsfähigkeit... Aber ganz kurz, eine Frage... Das heißt, wir sollten immer bedenken, dass wir, wenn wir jetzt finanziell am Boden liegen, immer noch genug Geld haben, um ein Privatgutachten in Auftrag zu geben. Also das wäre vielleicht... Das als Konklusio, ja. Nein, auch die Konklusio ist nicht ganz richtig, weil das Privatgutachten grundsätzlich nicht notwendig ist. Es reicht, es würde reichen, wenn ich sage, wenn ich alleine behaupte, einen Beweis an der Stelle und sage, Leute, ich weiß nicht, was mir damals passiert ist, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich getan habe. Wenn dann für das Gericht das nachvollziehbar ist und überprüfungswert ist, dann wird auch ohne Privatgutachten, für das Sie Ihr Geld gespart hätten, ein entsprechendes Gerichtsgutachten eingeholt. Dann möchte ich schon noch was zu dem Gutachten freuen. Ich finde es nämlich wirklich interessant, dass Sie das als Widerspruch empfinden. Da steht drinnen, der war deshalb unzurechnungsfähig unter anderem, weil dieser Einbruch ja gar nicht dazu geeignet wäre, seine Schulden in der Gänze zu decken. Das heißt, ich brauche nur dementsprechend hohe Schulden haben und kann deshalb einen Einbruch machen, wo ich nie schuldendeckend einbrechen kann. Und damit ist schon klar, dass ich unzurechnungsfähig bin. Bei den Schulden, die wir drei haben, könnten wir in jede Innenstadtjubiläer eingeben und wir wären auch immer nicht da. Wir müssten die Velasquez-Ausstellung im Kunsthistorischen. Geben Sie es vielleicht auch. Ich bitte wirklich um Verständnis. Ich bin also Mediensprecher der Staatsanwaltschaft, der Meteorist. Aber wer hat euch gelesen, die das Gutachten schon? Natürlich, 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 mehrere Leute. Noch einmal, es wurde mit Zustimmung der Oberschatzanwaltschaft eingestellt, beziehungsweise die Anklage zurückgezogen. Das heißt, das Gutachten wurde dieser Entscheidung zugrunde gelegt. Also irgendeiner bei euch sitzt, der das alles gelesen hat und gesagt hat, wurscht trotzdem. Es sitzen mehrere bei uns, die das alles gelesen haben. Ja, natürlich. Eine Abwägung des Richters wäre nicht mehr möglich gewesen. Der sagt, Moment, der hat 0,5, damit darf er eigentlich gerade ein Auto fahren. 0,38. 0,38, damit darf er ein Fahrzeug lenken, das ist eigentlich klar. Also der Richter hat da gar nicht mehr den Spielraum zu sagen, verarscht wie einer anderen. Selbst wenn ein Ergebnis jetzt auf den ersten Blick nicht zu akzeptieren ist, oder es nicht das ist, was man sich erwartet hat, man muss es akzeptieren, vor dem Gesetz sind alle gleich, ob das jetzt ein Justizwache-Beamter, das kann ich jetzt als Kabarettist sehr gut beurteilen. Ob das ein Kabarettist oder der berühmte Händl-Typ ist, der immer wieder dann natürlich herangezogen wird. Dein Hauptsystem, die haben es die Beute nicht gehört. Nein, das ist jetzt unfair, bitte. Ich fand das jetzt gelungen. Ein weiterer Justizfall hat Österreich, beziehungsweise die Krone-Zeitung-Leser, heuer in Atem gehalten. Also zum Beispiel mit dieser Schlagzeile. Amtliche Vorladung für Elmeiers Hund. Was ist eigentlich aus dem Hund geworden? Naja, eh, elektronische Fußfessel, aber dann haben sie ihm zweimal im Wurstlager vom Fleischhocker am Eck erwischt und dann halt doch Häfen. Also, karpig Schicksal. Apropos Häfen, was glaubts ihr zwei? Welche juristischen Konsequenzen wird der Hypo-Alpe-Adre-Bericht haben? Von der Frau Gries? Das kann ich dir genau sagen. Es steht ja schwarz und weiß drinnen. Den Bröll-Seppi solltet man mit der Fechtamizie zusammenbinden und mit einer rostigen Brunnenröhre. Nein, Entschuldige. Das steht so da nicht drin. Was heißt, das steht so nicht drin? Nein, ich hab's gelesen. Das steht so nicht drin. Entschuldige, das steht wörtlich so drin. Nein, Florian, wenn ich dir sag... Was auf jeden Fall drinnen steht, ist, dass man das gesamte Vermögen der FPÖ zwangsversteigern und alle Parteimitglieder in die Sklaverei verkaufen sollte, um den Hypo-Schaden zumindest in Bruchteilen abzudecken. Nein, das steht auch nicht drin. Nein, wenn ich das sage, ich hab's gelesen. Ja, was? Und jetzt wirst man herreden, dass die fünf Jahre nordkoreanisches Umerziehungslager für'n Schieder und für'n Novotnähe auch nicht wirklich drinstehen. Ich fürcht, nein. Schrecklich. Na, mach mal einen Themenwechsel, komm. Enttäuschung. Enttäuschung. Na gut, es gibt einen kleinen Trost für uns. Es gibt Parteien in Österreich, die sind gestraft genug, nämlich durch ihre bloße Existenz. Grüß Gott. Grüß Gott. Mit dem ORF als Anführer? Nein, den brauch ich nicht. Ich brauch keine Anführer. Das ist ein Mikrofon. Ah, Sie wollen eine Show hier haben? Nein, keine Show. Wir schauen jetzt im Ehemalssprech. Mach nur einen Inhalt. Da ist nichts los. So ist nichts los, der Ehemals. Wir haben ja schon alles gefilmt, damit wir was haben am Abend zum Herzeigen. Natürlich, das ist der Sinn vom Fernsehen. Nein, Unterhaltung. Ist der Herr Stadler denn da? Der ist schon lange weg. Da ist er ja. Ehemald! Ehemald! Ich bin's, der Robert Ehemald! Wir sind von der letzten Wahl! Ich bin's! Von der letzten Wahl! Wir sind... Verzeihung! Die Kinder sind schon eingeschlafen. Ob das Wahl ergeben ist? Es klappt nicht. Es wäre nicht mehr als 1,5. Genießen Sie das schöne Wetter, meine Herren. Schlendern Sie da in den Park. Einen schönen Tag wünschen Ihnen. Verweisen Sie uns jetzt dieses Lokal? Natürlich. Nein, wir haben uns angemeldet. Wir sind angemeldet. Selbstverständlich haben wir angerufen müssen. Aber es ist kein Problem. Wir wollen ja niemanden belästigen, der uns nicht fehlt. Wir wollen mit dem Ewald reden. Wir wollen nur mit dem Ewald reden. Erzähl aber einen jüdischen Witz. Soll ich den Witz erzählen? Nein, danke. Aber ich kann schon nach hinten losgehen, vor allem, wenn Kameras dabei sind. So geht's im Guten. Das ist ja sehr weisheitlich, der jüdische Witz. Das ist richtig. Nein, danke. Das ist übers Lernen. Nein, danke. Ich hab schon so viele gehört. Ich glaub, Herr Stadler möchte nicht mit Ihnen reden. Wir haben übrigens auch Juden gewählt. Wirklich, ja. Das ist eine Kasperl-Szene. Wir wollen nichts mit Kasperls tun haben. Also das ist dann alles. Ich fürchte eine Konkurrenz. Einfach daneben. Machst du ein schönes Foto machen? Kann ich noch mit Ihnen? Sehr gerne. Eines noch? Kein Problem. Ich darf auch. Sehr gerne, sehr gerne. Eigentlich sind sie ja nicht hingekommen. Wir waren natürlich angemeldet bei dieser Wahlparty, dass der Ewald jetzt sagt, nein, das ist ein bisschen schlimm, weil in seinem Fall ist es gegen das achte Gebot, du sollst nicht lügen, da wird er vielleicht in die Hölle kommen. Ich glaube, dass es wie bei Sekten üblich ist, dass das soziale Gefüge einfach abgeschirmt wird, das normale. Ich hab auch das Gefühl, er hat sich verändert. Vor ein paar Monaten haben wir noch interviewt, da war er noch ein normaler BZÖler, ein lustiger Kapitel, wir haben gelacht, wir dachten, gescherzt. Der freundliche Dobermann und jetzt das. Wir sind enttäuscht, aber es gibt einen Trost in dieser Situation, meine Damen und Herren, das Problem Ewald Stadler hat sich mit dem heutigen Tag erledigt. Von allen Parteien die schnellste war das BZÖ. Und die wirtschaftskompetenteste. Denn die sind die einzigen, die antizipiert haben, dass sie Bürofläche loswerden müssen. Das ist eiskalt, blitzschnell reagieren. Mein Name ist Robert Palfrader, ich würde so wahnsinnig gern zum BZÖ kommen. Kein Kommentar? Ich habe ja gar keine Frage gestellt, wieso kein Kommentar? Sie hat gesagt, kein Kommentar? Sie hat gesagt, kein Kommentar. Das sage ich auch immer, wenn die Sternsinger kommen. Moment, eine Partei hat eine Kommunikation nach außen. Ja, du hast das gerade ganz richtig gesagt, eine Partei hat eine Kommunikation nach außen. Erstens mal, das ist ein Bündnis. Zweitens war das ein Bündnis. Das droppt alles. Eine Partei, die an der Gegensprechanlage kein Kommentar sagt. Hinter diesen Fenstern verbirgt sich irgendwo jemand, der noch das BZÖ ist. Irgendjemand hat uns die Antwort kein Kommentar gegeben. Jetzt kommt wer, jetzt kommt wer bei der Tür. Nein! Ja, mit der Verein, ja! Dankeschön! Dankeschön! Danke! Dankeschön! Ihr Tapferen! Festliches Batenbuffet! Ihr Tapferen! Ihr Verarschen? Nein, wir meinen das vollkommen ernst! Wir sind doch nicht hier, um irgendjemanden zu verarschen. Wir sind hier, um zu kondolieren! Gott zum Gruße! Das Reich ist untergegangen! Aber sonst ist alles in Ordnung. Nein, ich mache reich eh nicht! Ihr seid untergegangen! Nein! Wir wollten fragen, wer war jetzt wirklich der Spitzenkandidat? Naja, wir haben ja eine hohe Fluktuation. Manches wechseln die Unterhosen, wir Spitzenkandidaten. Man merkt, wir haben den Humor noch nicht verloren. Ja! Ja, das ist gut! Der Spitzenkandidat war Mag. Angelika Wertmann. Die Dame, die uns im Lift draufgebracht hat? Möglicherweise, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie wird schon kommen. Wirklich? Von Wertmann? Ja, ja. Ja, das ist die Ahnengalerie. Die Ahnengalerie. Das ist jetzt historisch. Das ist jetzt wirklich historisch. Meine Damen und Herren, wir sind hier im Moment wie in einem Urnenhain. Schauen Sie mir das an. Sogar der Buchner ist noch drauf. Und der Westi mit unserer Immobilie. Aber weil draußen dieses Schild hängt, Büroräumlichkeiten zu mieten, war das schon vorausschauend für das hier? Wir sind ja unerbittlich, wir machen weiter. Aber warum? Tracks der Hetz. Ach so! Jetzt nach Jahren. Das Geheimnis des Bündnisses Zukunft Österreich. Gelüftet. Tracks der Hetz. Ich hab den Verdacht immer schon ein bisschen gehabt. Naja, du hast natürlich super reingelegt über all die Jahre. Wenn wir heute immer geglaubt haben, das ist total... Schnitzel? Bitte nein! Faschierte Leibchen. Sehr gut, im Übrigen. Sehr zu empfehlen. Falafel hätten wir es gewundert. Ist es nicht schade, wenn man dann merkt, dass... so wenige Leute dann mit einem feiern wollen, wenn es nichts zu feiern gibt? Ja, sind ja doch einige da, die wollen mit uns feiern. Aber die sind so schlimm. Ja, das ist aber beim Leichenschmaß auch so. Da feiert man auch irgendwie. Also, ja... Du wirst nicht sein, meine Zagastik. Was ist wirklich? Es müsste ja alles los werden, das ganze Krempel, was da steht. Was könnte man mitnehmen? Wir haben ein bisschen Geld eingesteckt. Ja, bitte! Vergelt's Gott! Parteispenden werden angenommen. Wir melden Sie ordentlich, aber... Ich zahl 15% mehr als er, wenn ich zum Beispiel das Kastl da hinten ist. Ist mir sofort ins Auge sprungen. Fünf Euro. Das ist schöner, ja. Fünf Euro für das Kastl da hinten. Wer bietet mehr? Zehn. Zum Ersten. Zum Ersten. Elf Euro sind geboten. Wer bietet mehr? Ich sicher nicht. Ist ausgestiegen. Elf Euro zum Ersten. Zum Zweiten, zum Dritten. Das ist Kastl-Kating. Gratuliere. Wollen Sie sich dabei folgen? Das werden wir nachher, ja. Da steht noch einiges drauf. Aber ich rahm's aus. Ich glaub, die Geheimunterlagen brauch ich nicht. Nein, Geheimunterlagen brauchen wir nicht. Wir sind ja Staatsbürger. Sie könnten eigentlich bei uns auch kandidieren. Weil's eh schon wurscht ist, nicht? Nein, aber Sie hätten ja die Rolle schon öfter gespielt. Ach so, natürlich, ja. Ja, aber ich sag ganz ehrlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da was reißen. Das ist halt manchmal dann wieder eine Geschichte. Also dann vielleicht wenig schöne Politiken für eine Partei, die im Parlament ist, oder? Ja, aber das ist ja keine sportliche Herausforderung. Das nicht. Du bringst dir auch eine Sendung auf die Reihe und hast noch keine Einschaltquoten. Aber eine Chance. Aber so keine Einschaltquoten haben wir. Das haben wir noch nie gehabt. Jeder fangt klein an. Ja. Und ihr hört's klein auf. Beim BZÖ steht ja die Gefahr im Raum, dass bei nicht ganz so tollem Prozessverlauf die 300.000 Euro, die der Peter Wessenthaler für dieses Casinos Austria-Gutachten bekommen hat, zurückgezahlt werden müssen. Ja, müssen vielleicht, können sicher nicht. Seit unlängst ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer die finanzielle Situation des BZÖ analysiert. Und ist tatsächlich zum Schluss gekommen, das Vermögen beläuft sich auf ein paar Büromöbel und einige Telefone im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Warte, warte, warte. Da hat man was vergessen. Das BZÖ Kärnten hat ja das Unfallauto vom Jörg Haider gekauft. Und natürlich, ich mein, der Hennige VW-Veton hat im Gegensatz zum BZÖ sicher irgendein Schrottwert noch. Ja. Apropos Schrottwert, wir kommen zu unserem Dokument des Jahres. Das war diesmal ganz leicht zu kriegen. Es wurde nämlich direkt an uns geschickt. Wir haben das bekommen, ein Mail von der ORF Enterprise, das ist die Vermarktungsabteilung des ORF. Und zwar, dass wir im ORF werben sollen, weil das jetzt derzeit ziemlich günstig ist. Womit sich die Frage nach der Zukunft unserer Sendung praktisch von selbst beantwortet. Wir hätten sie in der Hand gehabt. Hätten wir genug inseriert, hätten wir praktisch die Sendung finanziert. Aber selber schuld. Ja, leider. Vielleicht übernimmt ja der ORF noch eines Tages unsere Idee einer Münzkamera, die von dem gefilmten Selbst per permanentem Münzeinwurf in Betrieb gehalten wird. Wobei, wir haben noch einen anderen Vorschlag dem ORF unterbreitet. Bitte. Findest du nicht auch, dass wir so gut zusammen passen nur zu mir und ich zu dir? Findest du nicht auch, dass zwei, die sich wie wir verstehen, sich immer, immer wieder wieder sehen? Hallo Staatskünstler, da sind wir. Jaaa, das war mein Fuß. Und da ist unser neues Büro. Ah. Unser neues gemeinsames Büro. Wir leben nämlich den Spargedanken vor, weil, wie sagt man, der Fisch fängt beim Kopf zum Sparen an. Spare in der Not, da hast du dafür Zeit. Jeder sparte, aber fließt direkt ins Programm. Ja, da wollten wir uns eh mit euch unterhalten. Wir hätten da nämlich eine Frage. Na? Dann kommt's einmal weiter. So, da haben wir ein kleines Buffet vorbereitet. Greift zu nach Herzenslust. Angebot gilt, solang der Vorrat reicht. Das war kein Scherz. Und die Zahnstocher bitte nicht wegschmeißen, die haben alle eine Inventarnummer. Dazu gibt's einen herzhaften Schluck frisches Wasser aus unserem ORF-Deck. Ja, bevor wir jetzt gemütlich beieinander sitzen, bringen wir das geschäftliche hinter uns, wegen eurer Sendung. Ja, also wir wollten's euch also persönlich sagen, damit ihr das nicht aus der Zeitung erfahrt. Wir haben's eh schon aus der Zeitung erfahren. Ach so? War das schon in der Zeitung? Wir haben alle Zeitungsabos abbestellen müssen, weil er soll das bezahlen, bitte. Da steht mittlerweile eh alles im Internet. Da erinnern wir mal leider nicht den WLAN vom Nachbarn. Gut. Dann hätten wir eh alles besprochen. Noch Fragen? Naja, uns hätte halt schon noch interessiert... Danke. Danke. Das rechnen wir euch also wirklich sehr hoch an, dass ihr dafür Verständnis habt. Der Song Contest frisst uns die Haare vom Kopf und solange die Politik uns die Gebührenrefundierung nicht gibt, können wir nix tun. Genau. Gar nix. Na gut, das ist ja wirklich eine Säure. Ja, das finden wir auch. Wir sind doch ganz eurer Meinung, aber das darf man sich doch nicht gefallen lassen, da muss man doch was tun. Genau, das kann man sich nicht gefallen lassen. Ja, da müssen wir was tun. Das ist gut. Schaut's einmal. Das ist eine Geschichte. Das ist Satire. Merkt euch das? Fein. Dann hätten wir das auch besprochen. Könnt ihr die Zahnstocher bitte abwaschen, wenn ihr fertig seid, gell? Wir hätten dann noch eine Idee bei dieser Gebührenrefundierung. Da geht's ja um rund 40 Millionen Euro pro Jahr. Ja, 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 ja. Furchtbar. Ja, wirklich furchtbar. Wenn man sich das überlegt, einmal die Zeit im Bett wirklich täglich. ausstrahlen sollen, gell? Ja, wenn wir es uns ehrlich sind, passiert auch nicht jeden Tag was Interessantes. Um auf die Gebührenrefundierung wieder zurückzukommen. Ihr wisst schon, dass pro Jahr 131,9 Millionen Euro an ORF-Gebühren nicht an den ORF gehen. Was? Wie bitte? Das ist der Betrag, den eben sieben der neuen Bundesländer jedes Jahr für sich selbst abzweigen, um damit Brauchtumspflege zu finanzieren oder Budget-Loch-Stopfungspflege oder sowas. Und die Leute glauben, das Geld geht an uns? Die meisten glauben das wirklich. Mhm. Aber das ist ja eine Riesengemeinheit. Ich meine, wenn das stimmt, dann hätten wir doch sicher schon was gehört, oder? Ja. Na sicher, hätten wir. Haben wir. Heißt, ist so. Ah, ich erinnere mich wieder. Was war nochmal die Begründung, dass das so ist? Dem Erwin ist lieber so. Ah ja, ich glaub dem Michel auch. Ihr wisst aber schon, was man mit dem Geld alles machen könnte. Zum Beispiel jede Woche einen neuen österreichischen Film. Und übers Jahr gesehen noch ein paar Serien dazu. Und der Assinger kann ab und zu die Million ausschütten. Ja. Und euren Teich könnte jetzt mit Mineralwasser auffüllen. Jetzt ist unser Vorschlag, könnt ihr nicht mit den beiden einmal reden? Vielleicht geben die euch ja wirklich was. Hm? Also sagen wir, weiß nicht, sagen wir, der Ritchi redet mit dem Erwin. Ihr kennt euch ja von früher noch ganz gut. Ja, zum Beispiel. Und der Alex mit dem Michel, hm? Was sagst du dazu? Ja. Sonst so? Zu Haus? Familie, Kinder? Tutti paletti. Danke der Nachfrage. Ja, beruflich auch. Alles in Ordnung, soweit, ne? Ja, ja, ja. Spitze. Spitze. Das könnte gar nicht besser sein. Super. 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 Duper. Fein. Ja, sehr fein. Da gratulieren wir wirklich. Ja, ja. Vom Herzen. Ähm. Ja, also dann bis, äh... Bis halt. Irgendwann, ne? Papa. Ja. 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 Ja, 2014 wird nicht nur als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem die Raupe des gemeinen Frostspanners in Ostösterreich unglaubliche, verheerende Kalfraß-Schäden verursacht hat, sondern auch das Jahr, in dem der Sieg von Conchita Wurst den ORF dazu genötigt hat, den nächsten Sankontest auszurichten, auszustrahlen und mit 25 Millionen Euro zu finanzieren. Also auch hier Kalfraß-Schäden ohne Ende. Ja, so gesehen ist Conchita Wurst eigentlich die Frostspannerraupe des öffentlich-rechtlichen Grundfunks. Und deshalb kann das österreichische Motto für den nächsten Sankontest nur lauten... WERET DEN ANFÄNGEN! Dabei hat ja Österreich eh so eine Tradition, so eine lange, große Tradition des... ...des souveränen Scheiterns. Ja! Ich versteh das nicht. Das kann ja nicht so schwer sein, eine Nummer zu schreiben, die genauso sicher verreckt wie alle anderen österreichischen Songcontest-Beiträge hat. Bis auf Mudo Jürgens und die Conchita. Apropos, Burschen, das hab ich neulich im Internet ersteigert. Die Original-Song-Contest-Frisur vom Thomas Forstner, inklusive Föhn. JÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Entschuldige, das wär doch gleich der super Titel für den nächsten Song-Contest-Beitrag. Föhn like a Reis nicht. Und als Text mach ma nimmer nur ... Jede Textzeile ist a Titel von einer gefloppten österreichischen Song-Contest-Nummer. Wie zum Beispiel? Na, ich hab was eh. Heute in Jerusalem. Woki mit deinem Popo. Okay. Und singen muss das Ganze jemand, der weiß, wie man das singt, dass das gar nie funktionieren kann. Jemand, der dermaßen professionell ... ... a Bratzen hat. Das Toni Vegas ist da! Toni! Meine Herren! Servus, Toni! Was machst du da? Grüße, Gott! Eine Frage, entschuldigen, bin ich da richtig bei der Song-Contest-Vorentscheidung? Goldrichtig! Du bist perfekt! Danke! Dankeschön, sehr lieb! Setz dich mal daher. Ja. So. Violetten Quantl. Ja, jetzt gibts noch a gescheite Frisur. Schau her, was wird da haben für dich. Genau. Und zur gescheiten Frisur kriegst du einen gescheiten Text. Aha, okay. Und jetzt noch dazu eine Melodie, die garantiert keiner mehr hören kann. Okay. Jetzt, Toni, hau rein! Tu es für den Song-Contest! Tu es für Österreich! Ich tu es. Tu es fürs ORF-Budget! Oh, ein kleines Fonny, warum nur warum? Du hast mich so fasziniert. Maria Magdalena, boom, boom, boomerang. Du bist Musik, heute in Jerusalem. der Gehrt noch lect rip, Zusammengeh'n, the secret is love Schon kommt erst ab und lag'n weich'nix Nur der Mensch zieht Sag' ich lass' sie grüßen, nur die Wiener Luft Der K&K-Kalypso, die Welt dreht sich verkehrt Und geh' mit deinem Popo'r Du bist Musik, this is my little world Sonntag, Lisa, Mona Lisa Füllen, bleich'n weiss' nix Sing' nur ein Lied Für den ewigen Regen Für den Fieden der Welt Nur noch ein Gefühl Weiter im Wind Kinder dieser Welt Weiss' doch gut, Gott Füllen, bleich'n weiss' nix Das war's von uns Staatskünstlern Wie und ob es mit uns weitergeht, ist noch offen Ist ungewiss Gewiss ist aber eines, was wir Ihnen wünschen Nämlich ein gutes neues Jahr Wir sagen Baba oder Auf Wiedersehen Applaus Was sind die Welt Was sind die Welt Wir sagengot Vielen Dank.